Hand-Mund-Fuß-Krankheit. Was hilft wirklich? In Kitas vergeht keine Woche, in der nicht irgendwelche Erreger die Runde machen. Top-Kandidat meistens Hand-Mund-Fuß. Eigentlich harmlos, aber ziemlich nervig und oft ziemlich unangenehm. Trifft vor allem kleinere Kinder so zwischen 1 und 3 Jahren, aber auch ältere Kinder und Erwachsene können sich damit anstecken. Warum? Es ist hoch ansteckend. Wie sieht jetzt der Ausschlag aus? Typisch sind rote Flecken, Bläschen, an den Händen, an den Füßen, vor allem an den Handflächen, an den Sohlen, außerdem am und im Mund, manchmal auch am Popo und an den Knien. Und dieser Ausschlag, der kann richtig wehtun, der kann richtig jucken. Und nach vier bis acht Wochen kann es tatsächlich sein, dass mal ein Fingernagel oder ein Fußnagel abfällt. Der hext dann zwar wieder nach, aber für den Moment ist es natürlich gerade für das Kind und die Eltern dramatisch. Wie ansteckend ist so eine Infektion. Es gibt 15 verschiedene Enteroviren, so roundabout, die verursachen die Krankheit. Das heißt, Kinder können sich viel, viel öfter anstecken als den Eltern und ihnen selber lieb ist. Saison ist vor allem im Spätsommer und im Herbst und das höchste Infektionsrisiko besteht in der ersten Woche. Die Übertragung, die erfolgt über den Speichel, über Nasensekretrotz, Bläschenflüssigkeit und über den Stuhl. Und Wochen später noch werden die Viren über den Stuhl ausgeschieden. Deswegen ist es so wichtig, die Hände gut zu waschen. Aber was sagt das mal einem ein- bis dreijährigen Kind? Achte auf saubere Oberflächen. Naja, wie verläuft jetzt so eine Hand- und Fuß-Krankheit? Nach drei bis zehn Tagen Inkubationszeit beginnt dann die Party, also Ausschlag, Fieber und die Symptome dauern so ungefähr eine Woche an. Und so lange dürfen die Patienten, also die kleinen Kinder, nicht in die Kita. In den meisten Fällen ist Hand und Fuß ziemlich harmlos. Aber gerade bei Immungeschwächten oder bei Neugeborenen kann es sehr, sehr heftig werden. Wie kann man die behandeln? Behandeln lassen sich eigentlich nur die Symptome. Wenn das Kind jetzt Fieber hat, dann kannst du Paracetamol oder Ibuprofen, sofern lieferbar, altersgerecht und gewichtsgerecht dosieren und verabreichen. Wadenwickel machen auf jeden Fall Sinn und die können einfach zur Linderung beitragen. Und jetzt die Haut so wirklich juckt und wehtut, dann geh in die Apotheke vor Ort und hol dir so eine entzündungshemmende Zinkoxid-Schüttel-Mixture. Die gibt es ohne Rezept und die lässt sich als Lotio sehr gut verteilen. Die kühlt und sie stärkt auch noch die Hautbarriere. Ja, mein Kind hat aber jetzt überhaupt keinen Durst und keinen Hunger. Trinken muss es unbedingt. Trinken muss dein Kind unbedingt, weil sonst muss es ab ins Krankenhaus. Ausreichend trinken, ganz, ganz wichtig. Mach den Bauchfaltentest dann da rein. Wenn die Falte danach so stehen bleibt, dann hast du ein Problem, dann ist dein Kind dehydriert. Kommt in den wenigsten Fällen vor, aber wenn das so ist, dann ist es wirklich sehr bedenklich. Nicht so schlimm ist, wenn dein Kind jetzt ein paar Tage lang wenig Appetit hast. Leicht gekühlte Getränke sind natürlich sinnvoll. Bitte ohne Säure, also keine Säfte, auch nicht gerade so einen roten Früchtetee. Lieber was kühles oder zumindest was lauwarmes. Eine lauwarme Suppe. Du kannst deinem Kind auch mal ein Eis geben. Eis gibt immer. Joghurt, Pudding, Brei. Und wenn der Mund so richtig doll wehtut, gib deinem Kind mal einen Strohhalm. Das kann damit ganz gut umgehen. Oft sagen dann die Mütter zum Beispiel, ja mein Kind, das kratzt sich. Und was können wir dagegen tun? Kurz geschnittene Fingernägel. Das versteht sich von selbst. Dann nachts Baumwollhandschuhe oder so Fingerlinge zumindest mal probieren, aufzusetzen. Die meisten Kinder ziehen das natürlich nachts aus, aber es ist trotzdem ein sehr sinnvoller Ansatz. Dann luftige Kleidung, Bettwäsche aus Baumwolle und dann nicht zu doll überheizte Räume, sondern vorher vielleicht mal durchgelüftet. Das vermindert den Juckreiz. Und wenn die Bläschen jetzt nicht verkrustet sind, dann sollten die Kinder auch nicht länger als zehn Minuten baden. Ist die Krankheit jetzt für Ungeborene gefährlich? Eine Infektion während der Schwangerschaft hat keine Auswirkungen auf Ungeborene. Und wenn sich die werdende Mutter dann kurz vorm Geburtstermin allerdings ansteckt, dann kann es bei der Geburt aufs Neugeborene übertragen. Kommt aber in den allerseltensten Fällen vor. Warum lässt sich die Infektion in Kitas kaum eindämmen? Hand, Mund, Fuß kann von jedem Kind mehrfach durchgemacht werden aufgrund der vielen verschiedenen Viren, die es da gibt. Nach einem Abklingen der Symptome sind diese kleinen Patientinnen immer noch ansteckend. Oft verläuft die Erkrankung dann auch noch ohne Fieber, ohne Symptome. Und dann merkst du gar nicht, dass das Kind eben Hand- und Fußkrankheit hat, trotzdem aber ansteckend ist. Stimmt, dass es die Krankheit früher nicht gegeben hat. Die Viren sind sehr verbreitet. Besonders in asiatischen Ländern kam es schon immer zu großen Ausbrüchen mit teilweise wirklich heftigen Verläufen. In Deutschland gibt es so seit 10, 20 Jahren eine sehr viel mildere Form von Hand- und Fußkrankheit auf. Das liegt vor allem daran, dass viel mehr Kinder zur Kita dürfen oder müssen. Wenn du mehr erfahren willst, dann geh in deine Apotheke vor Ort und abonniere meinen Kanal.